hey leute was geht ab hier ist euer redmarek und wir haben vor euch ein video und zwei sachen zum ersten einmal eine chillige location ich weiß nicht ob das irgendjemand anders schon mal irgendwie öffentlich gemacht hat auf jeden fall sind wir letztens darüber hinweggestoßen und wir fanden das total genial ja vielleicht kennt ihr diese location am arsch der welt vielleicht kommt ihr auch da nicht hin und habt das bis jetzt noch nicht gesehen gut dass wir davon jetzt ein video machen wenn ihr es noch nicht gesehen habt so ein kleines fischerdorf oder was es auch sein soll fischerecke oder so auf jeden fall befindet sich hier auch gleich so ein so ein für gewöhnlich so ein wie nennt man crewkampf fightkampf keine ahnung irgendwas in der richtung ja und ja auf ganz wichtig was man da sehen kann diese bauplan hier wo fib drauf steht was macht er denn da auf einmal wo wir uns auch natürlich gefragt was da abgeht f i b bauplan will da jemand einbrechen nee und dann ist das ding dass wir dann auch das hier hier dieser kampf da ist wie heißt das denn noch mensch leute da komme ich jetzt echt nicht drauf ähm äh 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 wie war das denn noch oh fuck ja ähm crewkampf war es nicht gangangriff ich hab's eigentlich gangangriff so ja der gangangriff ist hier und äh da sind wirklich f i b leute in anzug das ist eine gang keine ahnung auf jeden fall greifen die euch an mit äh minigun sogar und dann findet ihr auch diesen bauplan hier ziemlich außergewöhnlich auf jeden fall recht chillig und geht da mal hin und guckt euch das mal an ja ansonsten ist eigentlich nicht großartig irgendwas da zu sehen so dann kommen wir jetzt mal direkt zum nächsten so der nächste befindet sich auch gleich schon hier habt ihr ja eben gerade gesehen der äh diese location ist jetzt nicht so extrem weit weg aber auch total funny erstmal eine stinklangweilige höhle okay alles klar das geht ja noch aber dann passiert auf einmal das hier was ist das denn das mit dem wasser wenn ich das gesehen habe habe ich auch erst gedacht hä hat da irgendwie gta bzw gta ja klar äh ich hab's heute irgendwie nein hat Rockstar irgendwie keinen Bock mehr gehabt hier weiter zu arbeiten oder so auf jeden fall recht funny wie das hier aussieht dass das wasser da irgendwie aufhört und dauernd irgendwie unsichtbar ist oder so oder allgemein irgendwie total funny da hat das auch schon hier so texturen leck oder keine ahnung wie man sowas nennen soll auf jeden fall richtig funny wenn man seinen kumpel selber so eine nette location hat könnt ihr mal hinfahren und euch das mal anglotzen die höhle ja gut und spektakulär aber das finde ich am witzigsten so lasst ein abo da, lasst ein kommentar da, lasst ein like da, haut rein Leute, ciao oh